Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Die Kupfermünze und ich, wir haben uns gedacht, wir spielen mal was anderes außer Dead by Daylight und zwar Overcooked 2. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Wir sind Köche und müssen jetzt ganz schnell Gerichte zubereiten. Wir haben dieses Spiel noch nicht ein einziges Mal gespielt. Also das kann jetzt eigentlich nur schief gehen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier funktioniert, wenn ich jetzt aufs neues Spiel starten gehe, aber wir lassen uns jetzt mal überraschen und gucken mal, ob das funktioniert, ne? Ich bin gespannt. Ich auch. Ich gehe jetzt auf neues Spiel, Slot 1. Und da steht warten auf die Wahl der anderen Spieler. Du hast Slot 1 genommen? Ja. Tutorial, okay. Wir kriegen ein Tutorial, das ist schon mal gut. Oh Mann. Fast folgendes Brot auf Warnbegebenheiten. Nur die Namen, Orte und Gemüse wurden geändert. Kurz nach der Tee-Pause. Endlich. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Hau es dir an, Kevin. Das berühmte Cremorium Gastronomicon. Ja, ja. Kannst du mal gucken. Wuff. Ich synchronisiere den Hund, okay? Wuff. Was? Wuff. Das ist nicht gefährlich. Stell dich nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig während der kulinarischer Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann Hefe ein. Lass die Mischung gehen, bis die Hefe eine volle schaumige Form annimmt. Wuff. Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl. Nähte den Teig und decke ihn mit einem feuchten Tuch. Ist das jetzt das, was wir machen müssen? Keine Ahnung. Und dann lasse ihn aufgehen. Toastbrot. Oh Gott, wir sind Toastbrot. Zombies. Toastbrot, Zombies. Wie geil. Aufgehen, auferstehen. Hahaha. Huch. Nein, nein, nein. So war das nicht gemeinst. Jetzt ist es das. Unbroten. Unbroten. Wie geil. Oh je. Oh je. Als meine besten Köche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch darum. Schlagt sie zurück. Die scheinen richtig hungrig zu sein. Also los. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Controller spielen kann. Er erkennt bei mir den Controller nicht. Scheiße. Jetzt musst du mir den geben, glaube ich. Oh Gott, hier. Jetzt müsst ihr den Salat schneiden, okay. Ich glaube, jetzt musst du mir den wieder geben, oder? Ja. Das ist mit der Tastatur gar nicht so einfach. Das glaube ich dir. Raus geht's, jetzt schnell servieren. Ja, schnell servieren. Oh. Oh, warte. Ich hab's verloren, Entschuldigung. Ich hol's, ich hol's. Oh, es ist Spitzenköche sind wir. Ich denke, das ist ein Verleben. Spitzenköche sind wir. Hä? Ja, warte. Ach so, jetzt ist es zusammen, okay. Warte. Okay, warte. Ich glaube, wir müssen oben immer gucken, dass wir die richtige Reihenfolge da zusammen mixen, oder so. Warte. Ich glaube, das ist ja ein gemischter Salat. Ich glaube, ja, beim gemischten Salat ist das... Oh, wo wurde die Gurke? Hier, Gurke. Wo ist der Teller? Ah. Wo sind die Teller immer an anderer Stelle? Ah. Oh, ich stelle's immer eines daneben. Warte. Jo. Wo ist auch jetzt? Ihr habt verwiesen, dass ihr Talent zum Kochen habt. Okay. Jetzt müssen wir oben links gucken. Ach so, ja. Wo ist denn Salat und Tomate? Salat und Tomate. Ich lege dir einfach alles hin. Ja. Und du mixt dann richtig zusammen. Ja, super. Oh. Nein. Nein, warte. Boah, das tut er jetzt hier... Müssen wir immer das in der richtigen Reihenfolge machen? Ja, wenn du's in der richtigen Reihenfolge machst, kriegst du mehr Trinkgeld. Ah, okay. Wir brauchen noch Trinkgeld. Warte, du hast nichts mit zu tun. Du brauchst Salat. Warte. Du brauchst Salat. Äh, warte. Hier, noch ne Gurke brauchst du. Oh, verdammt. Ah. Ich muss den ja auch noch servieren. Oh Gott. Oh, mein Gott. Das ist... Oh, die sind... Die bestellen aber ganz schön viel da rum. Ja. Warte. Was? Die Gurke? Ich komm nicht an die Gurke. Verdammt. Wieso liegt die da drüben? Die Zeit. Äh, was? Wieso liegt die... Ich brauch die Gurke. Ich brauch die Gurke. Das schaffen wir noch. Das kriegen wir noch serviert. Oh Gott. Yay. Wieso hast du zwei Tomaten? Weil du mit zwei... Du brauchst uns noch einen Salat. Ich geh jetzt... Kacke. Kacke, kacke, kacke. Gib mir den Salat schnell. Schau mal nicht mehr. Oh, mein Gott. Ihr... Was? Diese Horde ist zu gefräßig. Wuff, wuff. Nein. Spiel nicht den Helden, Kevin. Schnell zurück zum Schloss. Rückzug. Ich bin Kevin, der Hund? Ihr seid vielleicht meine besten Köche. Aber ihr müsst noch lernen, wie man... Was? Wie man mit einem solchen Appetit umgeht. Kevin und ich können die Meute aus dem Schloss heraushalten. Vorerst. Aber wenn die Unbroten vom Schloss aus über das Land her fallen, ist das ganze Zwiebelreiche in Gefahr. Wir müssen schnell handeln. Oh. Wuff. Entschuldigung. Natürlich. Die königliche Küchenkutsche. Sie hat ja gerade erst ein Upgrade erhalten. Wieder einmal scheint ihr Köche unser Königreich retten zu müssen. Also nehmt euch mein Fahrzeug, fahrt los, lernt ein paar neue Rezepte und um Zwiebels Willen, lernt endlich zusammenzuarbeiten. Ja, Chef. Okay. Ach, wir müssen gehen. Können wir hier auch was machen? Oh, was ist das? Hallo, Kevin! Oh, hier ist ein... Oh! Er hat was gesagt. Worauf wartet ihr? Los! Mach mal da hin. Oh, man kann mit Kevin was machen. Können wir das mitnehmen? Nein. Weiß nicht, was ich hier bei Kevin... Da ist ein Pfeil, wird mir angezeigt, was passiert. Also bei mir... Also ich kann X drücken. Ich weiß nicht, was es jetzt auf der Tastatur ist. Ich weiß es nicht, so ein komisches Zeichen. Wollen wir gehen? Ja, los. Oh, was? Äh... Okay. Okay, ich hab auch was gedrückt. Läuft! Warte mal, wenn ich alt drücke, müsste ich noch sprinten können. Oh Gott. War das beim Laufen? Du kannst sogar rennen! Jaja. Spielmodi. Spiele die Level in verschiedenen Spielmodi. Dein aktueller Spielmodus wird in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt. Okay, das ist dann wahrscheinlich Story. Ja. Musst du den Boss lenken? Oder so? Wo haben wir denn jetzt hin? Da! Dui! Die Ampel! Biu, biu, biu! Oh, warte. Level 1, 1. Okay. Na, das wird ja lustig. Wieso... Aber wieso funktioniert mein Controller nicht? Das finde ich voll blöd. Okay, ähm... Das wird jetzt was werden. Also alt ist rennen. Oh Gott. So, neues Rezept. Hashimi. Hashimi. Also wir brauchen einen Lachs, dann muss der geschnitten werden. Der Lachs muss auf einen Teller. Und dann muss man auch so einen anderen Fisch schneiden. Und das muss auch auf den Teller. Okay. Okay. Okay, also du machst rechts, ich mach... Ja. Aber du hast... Ich muss... Nee, ich hab den her. Ich muss... Aha! Ich kann schneiden. Wie schneide ich denn? Ich weiß nicht, wie ich schneide. Bei mir hast du nichts. Ja, ich hab keine Ahnung. Was hast du? Ich hab keine Ahnung. Bei mir wurde das gerade... Warte. Entschuldigung. Bist du jetzt auch? Nee. Steuerung! 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 Steuerung ist Steuerung. Das ist ja dein Fisch. Ja, ja. Ja, warte. Äh, Teller. Und dann, äh... Wo müssen wir denn hin? Warte, soll... Hier rechts. Äh, oh. Rechts auf das weiße Band. Okay, auch das kann ja... Wo schneidest du... Ich sch... Ah, jetzt kann ich auch einen Teller machen. Aber deiner muss dann zuerst raus. Ja, ja. Wenn ich jetzt auch weiß, wie ich, äh... Oh Gott, müssen wir uns zwei jetzt Teller holen? Warte, ich glaube ja. Ich hab hier noch einen, oder? Kannst du dir gleich einen Teller mit... Hab ich schon. Nehmen. Wir hören mal einmal. Bist du wieder dran? Ah, warte. Steuerung. Das ist ein bisschen umständlich hier. Oh Gott. So, warte. Äh, oh Gott, also... Oh, äh... Warte, Teller. So. Fisch. Steuerung. Hack, 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 hack. Äh, so. Und du bist dran? Ja. Oh. Wird ja schon mal vorbereiten, ne? Ich Idiot. Ich hab'n vier... Vier weiteren Weg wie du. Ich könnt' ja auch mal das... Ich hab' kein Teller, kacke. Warte, ich bring' dir ein, ich bring' dir ein. Warte, ich nehm' einfach den hier. Danke. Okay. Warte. Ich könnte das auch mit dem Rennen mal probieren, aber das ist... Wow. Also, Rennen ist wow. Also, das mit dem Rennen geht nicht. Warte, also, ich mach' dir einen mit, oder? Warte, ich bin jetzt hier. Warte. Mach' einen mit, ja. Zack, 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 zack. Ich hol'... Ah, nee, wir haben ja jetzt... Oh, der ist auf den Fußboden gefallen, das hat niemand gesehen. Der ist nicht... Oh. Manu. Nicht kontaminiert. Oder kein Teller. Äh. Das ist mit... Das ist mit dem Rennen hier. Das ist... Das funktioniert. Ich... Ich glaub' wir müssen dann nochmal neu starten und ich muss gucken, ob der Controller hier geht. Das geht nicht mit Tastatur, das ist total behindert. Ich bring' dir einen Teller. Ja, den... Du kümmerst dich um den Fisch. Äh. Äh, ja. Hacke, 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 Hacke. Oh. Warte, komm her, ich nehm' noch das. Äh. Äh, nein, der ist nicht geschnitten. Hacke, Hacke, ich hab' keinen Teller. So, ich bring' dir einen. Warte, stell' ab. Oh, er liegt schon. Was? Was ist das? Oh nein, was hab' ich getan? Ich kann auch nicht klar grad... Was? Ich kann auch noch... Der geht noch raus, der geht... Gut, den haben wir noch rausgekriegt. Ich kann auch noch stressen nicht arbeiten. Dann ist das das falsche Spiel. Aber hey, drei Sterne. Okay. Wir nehmen grad auf. Gut, alles klar. So, was ist ein E-Emote? Was ist denn das? Hihi, gut gespielt! Soll ich mal... Oh, ich wollt grad' auf Emote drücken. Also das... Also mit B kann ich rennen, okay? Ja, aber ich... Ich kann nicht, während ich WRSD drücke, noch Alt drücken. Das... Das kriegt meine Hand nicht hin. Ja, das stimmt. Das ist komisch. Also... Ich weiß nicht. Kann ich... Ich mach mal kurz hier ne Unterbrechung. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie einstellen kann. Steuerung. Ja. Sprinten. Neue Taste fürs Sprinten. Shift hab ich... Was hab ich denn auf Shift? Auf Shift irgendwas? Warte mal. Okay, noch kurz was trinken. Hoch, runter, Steuerung. Alt, E... Ah, der Shift austauschen. Äh, Shift der Kochaustauschen. Wissen Sprinten, hier. Shift links. Genau. So. Schneiden müssen wir auch auf ne andere Taste machen. Schneiden mach ich... Was mach ich denn schneiden, Hirn? Was kann ich denn gut drücken? Kannst du mich was auf die Maustasten legen? Ja, warte mal. Schneiden, warte. Schneiden würde ich mir auf die linke Maustaste oder so was legen. Ja, geht. Linke Maustaste. Weil da könnte ich doch... Und rechte Maustaste dann zum Greifen oder so was. Warte mal. Ja, pass auf. Warte, 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 warte. Äh, noch mal. Pass auf, dann mach ich. Schneiden. Linke Maustaste. Sprinten. Rechte Maustaste. Obwohl, nee, warte mal. Sprinten nochmal auf die Leertaste. Und das aufsammeln und fallen lassen nochmal auf die rechte. Schneiden, sammeln, sprinten ist Leertaste. Gell? Gell? Du musst mal... B, A, S, D, links, rechts, okay. Danke für den Hinweis. So, weiter... Weiter geht's! So, jetzt... Warte, wir können jetzt weiterfahren hier. Hui! Oh, was ist das denn? Kommen wir da schon hoch? Nee, da können wir noch nicht hoch. Bestimmt noch nicht. Okay. Oh, warte. Oh, der Ertaste. Oh, mein Gott. Wuhu, nächstes Level. Was kochen wir denn jetzt? Sushi! Fisch, Reis, oh, puh. Ich würde sagen, einer macht den Fisch, einer macht den Reis, oder? Ja. Wo habe ich jetzt Rennen hingelegt? Das eigene Ding, das brauchen wir dann auch noch. Okay. Oh, ja. Ich... Oh, ich mach den... Oh, ich hab Fisch. Warte, warte. Das muss ich... Ich, ich, ich... Warte, Reis. Der Reis muss runter. Der muss kochen, warte. Okay, Reis. Ich mach gleich noch Reis. Warte, ich lege hier schon mal so ein Algenblatt auf den Teller. Ich muss mich an das neue, erstmal die, die neue Einstellung muss mal hier gewöhnen. Reis kocht. Der Reis muss... Wie kannst du dann auf das Reisblatt legen? Warte. Wenn der fertig ist? Ich muss es mal schon hier. Warte, die... Sind die hier fertig? Ja, ja, die sind fertig. Alter, die laufen durch die Küche! Warte, äh, aber... Wie krieg ich den Reis? Einfach auf das Reisblatt. Okay, so, warte. Hier sind... Ist ein Lehrer-Tops. Ja, warte. Haben wir hier noch ein Reisblatt? Nee, warte, warte, warte. Ich brauch erst noch einen Teller. Wo sind die Teller? Hier unten? Hier ist ein Reis, warte. Nein, was machst du? Ich wollte den Reis da drauflegen. Ja, du hattest keinen Teller drunter. Ja, aber da war doch das Reisblatt. Wir müssen gucken, nicht, dass hier oben jemand was Spezielles will. Nee, erst mal wollen sie alle normales Sushi, okay. Reis ist am Kochen. Wo sind wir denn hier? Laufen die durch die Küche, ey. Ja, das ist halt... Oh, der war noch nicht gut. Okay, warte. Oh, der Reis verkocht... Oh Gott. Was? Ist die Zeit schon? Nee. Nee, mein Reis ist gerade hier so ein bisschen am... am Verkochen. Warte, ich komme... Also, ich kriege das mit dem Sprinten einfach nicht hin. Ich stelle mal den Topf hier hin. Ja, ja. Äh. Hallo? Äh, greif? Haben wir hier noch einen Teller? Warte. Da. Äh, warte. Äh. Ich kann den Topf schon geholt. Oh, dieser OP hier. Oh Gott. Äh, jetzt haben wir doch den Reis auf dem Teller. Okay. Wenn ich noch irgendwas anderes mache... Oh Gott. Sag's. Muss ich hier noch Fisch hinlegen? Warte. Okay, ähm. Okay, der Reis ist fertig. Hä? Wo ist der Reis? Oh, warte. Warte, ich leg Teller hin. Ich habe irgendwie einen Reis verloren. Hä? Der ist... Oh nein, ich habe den... Hä? Hä? Hä, wo ist der Reis hin? Hä? Der Reis ist weg. Der OP weggenommen, oder was? Ich weiß es nicht. Was? Reiß du da ran? Ja, weil ich den jetzt gerade wieder auf den Topf gemacht habe. Aber... Hä? Ja, irgendwie... Jetzt ist er fertig. Oh, warte. Das ist der falsche. Wo der... Oh, geh weg. Der Reis verkocht. Äh. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe ihn schon. Oh je. Der kocht jetzt in die Sorge. Oh, bis die hier durch den Weg rennen, ey. Oh Gott. Äh. Nein. Jetzt wirst du... Oh, wieso habe ich jetzt Fisch in der Hand? Nein. Wie kann ich den Teller ablegen? Oh Gott. Koch fertig, Koch fertig, Koch fertig, Koch fertig. Reis. Ah. Das schafft man nicht mehr, oder? Der Reis wird nicht fertig. Oh mein Gott. Yay, drei Sterne. Keine fehlgeschlagenen Rezepte. Ja. Ich drücke jetzt mal E, was ist ein Emote? Ja, dann kannst du dann ein Emote aussuchen. Ach so. Ach so. Du sagst, okay. Also hallo, das war... Hallo. Okay. Wir haben es geschafft. Ja, hallo, hallo. Oh, wir haben 9.0 freigeschalten. Der Harry Bär. Okay. Ach, schneiden wir auf der linken Maustaste. Aber mit dem Rennen... Ich komme mit dem Rennen nicht klar. Weil das so ein Boost ist, so. Ja, du bist dann auf einmal übelst schnell unterwegs. Die Susi fährt immer erst mal durch den Kreisverkehr. Na, wenn du nicht nah genug dran bist an der Fahne, dann fährt der Bus auf einmal übelst schnell, wenn du Leertasse drückst. Schmutzige Teller müssen... Oh Gott, jetzt müssen wir noch abwaschen. Zwischendurch. Oh. Bin doch jetzt schon überfordert. Ja, so ein bisschen. Okay, ich bin hier an der Bedienung und... Okay, warte. Was ist denn Reis? Ich hab Gurken. Wo sind die Töpfe? Ich schneid' Fisch. Wo muss der Fisch hin? Ist der schon fertig? Ich weiß nicht, ich muss jetzt mal Reis kochen. Hallo. Okay. Oh, mein Reis verkocht. Mein Reis verkocht. Mein Reis... Mein Reis... Mein Reis... Fuck. Ist der jetzt verkocht? Ich hab keine Ahnung. Stell dir hier mal Reis hin. Bei der andere... Oh Gott. Ja. Äh, jetzt brauch ich noch... Äh, Gurke. Nee, das ist der falsche Topf. Gurke ist hier drüben. Oh mein Gott. Oh, äh, Topf fallen lassen. Topf fallen lassen. Reis. Reis. Oh Gott, ich könnte nie in einem Restaurant arbeiten. Ähm. Okay, warte. Äh, Topf. So. Teller. Jetzt brauchen wir nochmal das gleiche. Oh, ich hab keine Teller. Warte, ich... Komme, komme. Teller. Wir müssen aber den schmutzigen Teller dann abwaschen. Ich stelle hier Teller hin. Wo sind denn die schmutzen? Ich wasch ab. Äh, wie wasch ich ab? Wie wasch ich ab? Ich hab keine Ahnung. Er wäscht nicht ab. Oh. So. Und jetzt? Ah, okay. Äh... Ich brauch wieder Gurke. Ah! Oh, nee. Nein. Gurke. Okay. Warte. Nein, jetzt hab ich die Gurke weggeschmissen. Wir dürfen die Teller nicht neben den Abfall stellen. Nein, nicht den Reis. Das. Oh mein Gott. Okay, Fisch geht schnell. Du kannst wirklich nur Leertaste drücken, wenn du, wenn du schnell mal irgendwie... Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ich brauch Fisch. Mein Reis, mein Reis, mein Reis. Die Susi und ihr Reis. Oh, wir brauchen dann auch wieder neue Teller. Verdammt. Ja, warte, ich kümmere... Warte, ich warte nur noch schnell, dass der Reiskor... Wo sind denn die schmutzigen Teller? Da, unten, hinter dir. Da, neben Waschbecken. Ach, da, 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 da. Okay, warte, was brauchen wir denn? Fisch. Nein, nein. Ich... Oh man, geh weg, Reis. Ich wollte Fisch. So, oder? Äh... Hacke, 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 Hacke. Oh mein Gott. 30 Sekunden. Hacke, 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 Hacke. Oh mein Gott. Aber das war ganz knapp. In unserer Küche geht's super organisiert zu. Guck mal, wie knapp das war. Wir haben 324 vor 324. Oh mein Gott. Was ist hier los? Also ich würde sagen, das war so... Ja, gut gespielt. Oh Gott. Meine Güte. Okay, nochmal schmerzige Teller. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde und dann ist es für diese Folge erst mal genug. Ist das nochmal das gleiche Level? Ich glaube ja. Ach ja. Okay, ich reiß und... Oder willst du Reis? Nee, ich mach wieder die Gurke und so. Die Gurke... So, das brauchen wir. Den Reisworten, komm, 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 komm. So, der Fisch ist fertig, aber wir müssen erst den Reis hier haben. Der Reis steht schon einmal fertig da. Okay. Brauchen wir hier die Gurke. So. Erstes Rezept fertig, zweites Rezept fertig. Oh, ich hab hier keine Teller mehr. Boah, das ist aber auch unorganisiert in der Küche. Die Teller total weit weg vom... Wo sie sein müssten. Ich stell dir hier noch einen Teller hin. Ja, sehr gut. Ich geh abwaschen. Was? Irgendwas steht bei mir da, wird vorbereitet. Was wird vorbereitet? Ich hab keine Ahnung. Stell dir den Topf einfach irgendwo hin. Oh, der Reis, der Reis, der Reis. Oh, der Reis, hab ihn. Hier so ein schmutziger Teller hier. Ah, öp. Ich bin wieder... Äh... Nein. Nein, du hast... Scheiße. Äh... Ich glaub, wir müssen erstmal neuen Reis kochen hier. So, ich brauch Gurke. Oh, oh! Ah! Reis! Noch ein Reis! Äh, äh, falscher Knopf! Äh! Komm, das ist doch voll organisiert. So, ich mach gleich mal kurz den Abwasch. Ja, da drauf, bitte. Ich mach den Abwasch. Geh, 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 du, Essen machen. Aber, ne, ich kann nichts weitermachen, weil ich hab keine Teller. So, äh, scheiße, warte. Hier, äh, hier, Teller, bitte. Bitte Teller. Danke. Sag das doch gleich! Oder reiß, der Reis, der Reis! Wieso, warum? Nimm den scheiß Topf jetzt! Kurke! Wasch jetzt ab, Junge. Waschen, 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 waschen. Meine Güte! Äh, die Gurke! Die Gurke will einfach nicht aufs Brett. Oh. Äh, Alter. Leg dir hier mal ein paar Gurken hin. Ja. Das ist wie bei DVDs. Voll gesandpackt. Ja. Nein, nicht der Reis. Gurke. Danke. Oh, oh. Schaff ich das noch? Alles nicht. Oh, allerletzte Sekunde! Ich glaube, das war schon ein bisschen organisierter. Ich glaube auch. Ja. 543. Juhu. Juhu. Und, äh, ja, ich würde sagen, das war... Hallo. Das war der Waldschluss. Herz geschafft! Ja! Hey! Und ich glaube, damit verabschieden wir uns von der ersten Folge Overcooked 2. Und, äh, ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es gern in die Kommentare. Und, äh, ja. Ich sage jetzt einfach mal, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut!